Willi, geht's dir gut? Nee, oder? Dein Arm sieht auch nicht so gesund aus, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Wer kommt? Susan. Ist das unsere Privatärztin? Ja. Der Lieblingspatienten. Mann, ey. Scheiße. Oh Gott. Willi, ich muss dich ablenken. Ja. Hast du meine Stimme, ja? Ja. Okay, wir hängen heute ein... Wir hängen heute... Wir hängen heute... Wir hängen heute... Die Zivilisation von den Aliens entdeckt. Eine neue... Eine neue Spezies. Und, 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 und... Das sah so bunt aus und so schön. Ja. Ja. Das ist schön wie... Ey. Wir hatten einen Unfall. Billy bewegt sich nicht mehr. Und ich war auch kurz weg. Ich war nie wieder. Ja. Irgendjemand muss dieses Motorrad abholen. Susanne kommt jetzt gleich. Wir sind bei den... Bei der Windfarm. Frag nicht, wie wir hergekommen sind. Oh Mann, ey. Immer wieder wild. Ron, altes Wildfarm. Äh, Windfarm. Ja. In so einer Kurve. Ich seh echt die ganze Zeit alleine chill. Das ist voll traurig. Okay. Geht ihr gut? Geht's dir Wiener gut? Okay. Okay, Susanne ist jetzt da. Ja. Hallo Billy. Oh Gott. Susanne. Ja. Meine Rippen. Ach, scheiße. Deine Rippen. Ja. Mein Gott. Wenn ich die jetzt hier so bewege, tut das weh? Ja. Ach, scheiße. Dann scheinen die gebrochen zu sein. Nein. Scheiße. Ja. Wirklich? Ich glaube schon. Oh Gott. Ich glaube, ich muss dich mitnehmen. Und die kleben. Ey. Was kleben? Ja, kleben. Oder trauen. Oder vielleicht auch nageln. Okay. Fahrt gebrochenen Rippen. Flugzeug fliegen, Susanne. Flugzeug schon. Okay. Also, so ein normales. Warum? Warum wollt ihr Flugzeug fliegen? Äh. Wir haben heute Abend einen Flug nach Südtirol. In deine Heimat? Ja. Ich muss so ein Video drehen. Aber ich glaube, ich bin kaputt. Und... Susanne, ich bin voll unter Adrenalin. Ich bin doch ein bisschen... Egal, lass nicht drüber reden. Oh Gott, Billy. Ja. Heißt immerhin, Susanne, du bist ganz alleine? Ja. Es ist wirklich so traurig. Ganz alleine. Und jetzt hast du hier zwei Lieblingspatienten, die du verarzt musst. Die ich verarzten darf. Ja. Anni, darf. Die du verarzten darfst. Ja. Ja. Werden die Rippen wieder ganz oder müssen wir Spare Ribs aus Billy machen? Oh. Ja, vielleicht wäre das besser. Was? So schön kross und lecker saftig. Ich hasse dich, Anna. Schön marinieren, ne? Mhm. Ich hasse dich. Was? Ich weiß genau, wie es dich hasse, Anna. Ja. Ich habe halt nur einen Cramp gegessen. Ich habe halt nur einen Cramp gegessen. Ich habe keine Angst. Ey. Oh. Sehr gut. Ähm. Ich hole mal die Trage noch. Ach nee. Ja. Oh. Okay, jetzt mal Trage. Oh. Weiß immer nicht. Oh Gott. Schrecklaut nach. Au. Willi. Die Trage ist doch bequem. Ja. Oh Gott. Schrecklaut nach. Mein bester Freund, die Trage. Ja. Anna, kommst du mit dem Motorrad oder willst du mit uns fahren? Äh, ich weiß nicht, ob ich Motorradfahrt tauglich bin. Ja, mit uns. Du bist nur unter Schock, vielleicht hast du auch was. Ja, gut. Ich bin, ich bin da runter gebrettert und bin jetzt, ich war kurz weg. Was? Ihr seid da runter? Ja. Ihr seid da gar nicht. Straße runter? Oh, oh mein Gott. Ja. Ja, dann steig auch mit hinten ein. Oh. Oh. Ich glaub, ich hab mir irgendwas verstaucht. Ich glaub, ich hab mir irgendwas verstaucht. Nee. Aber wir müssen erstmal Billy retten. Ja, wir müssen. Ich hab halt Real-Life-Bronchen-Probleme momentan. Ich sag. Oh. Ich weiß nicht, wieso. Scheiß-Helm. Zum Glück hatten wir den an. Zum Glück hatten wir den Scheiß-Helm an, oder Nia? Ja. Billy, halt meine Hand. Ja, die. Wie kann es eigentlich sein, dass wir jede am... ... ... ...